So, das ist die Anna, das ist die Frau vom Pata. Was sagst du? Ist ja ein guter Fischer da. So geht's da die Enddessen. Weckle die Enddessen. Fischiiiinnn! Wo ist Keksik? stored in Keksik. Der Pissar Pech. Aber eigentlich soll er uns füttern oder? Das macht er auch. Nicht mehr. Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Ich glaube, ich habe noch ein paar Sachen gesehen. Geht ihr aber leider? Da im Mittag, da im Mittag. Da im Mittag, da im Mittag, da im Mittagd. Da ist der Lösch. Da ist der Lösch. Da ist der Lösch, wenn man... Da ist der Lösch. Aber da ist der Lösch. mit der Kapitän's Daughter put him in the bed with the Kapitän's Daughter early in the morning Hey hey, and up she rises Hey hey, and up she rises Hey hey, and up she rises early in the morning Ja, Wallingen, we got Wallingen 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 Aram, wir haben uns also 3 Minuten, die ich da Wallingen, wir sind Hallo? Wegetarieren, Essen Wegetarieren Stefan, hi Stefan, hi Wir fangen nichts heute No fish Swimming Swimming Ja, heute wären es tatsächlich 21 Grad 3 3 3 Ja Temperatur Warm Salat Chame, chame Ja, no, no, thank you Ich, no, my wife is Wegetarian She's bringing house Ha, ha, ha Okay Hey 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 hey, and up she rises ANG Hey, hey, up she rises early in the morning Zwei Platz Wir gehen jetzt zu einem anderen Platz, wo ja offensichtlich nichts gefangen wurde Was haben wir gefangen, was haben wir gefangen, Moment Tepsi, Tepsi Ah, delicatess Gold, gold Ja So Jetzt sind wir bei der Farm von Pata Wahrscheinlich hat das Tüchen schon aufgegeben, keine Ahnung Mal gucken Heute ist der 23. November, 21 Grad Oh Gott Besser geht's doch nicht Ja 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 Alles ist zu Hause. Vorgetaner Arbeit hat man ein kleines Schläfchen. Sieht aus wie ein Georgi-Arbeiten. Ja, sagt ja vorgetaner Arbeit. Nach dem Schläfchen würde ich sagen, machen wir erst mal Pause. Das ist ja ein geiles Haus eigentlich. Das ist ein richtig cooler Ort, oder? Auf jeden Fall. Direkt am Meer, so eine Farm. Ich finde, der Sonnbrill ist immer wie so ein Parallel und die da sind. Deswegen pack ich die Leute. Außer ich klaue sie bei Quartan. Ich glaube, hier kann man sich auch gut verstecken, wenn einmal jemand sucht. Perfekte Ort. Wenn weiß ich die Leute nicht, wenn ich mal dazu zum Superman sch sitter. Oh, oh! Musik 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 Siehe ich rausziehen An der Mütze Sehr gut Sehr gut Jetzt haben wir uns verlaufen und finden den Pata nicht mehr. Hier ist alles ein bisschen gleich. Sieht zumindest alles gleich aus. Einfach nur grün. Und da ist irgendwo ins Gebüsch gesprungen. Wodurch? Gute Frage. Geht ja nur. Also nochmal zurück hier und durch Sumpfland. I'm coming! Der Pata hat einen Fisch. Der Pata hat einen großen Fisch gefunden. Aber er hat ihm die Angelzähne zerrissen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da waren wir vorhin. Ungefähr 2-3 Kilogramm sagt er. Oh Mann. Und beim Ebsbau. Schau. Schau, was wir machen. Ah, Monster. Ja, Trost nicht und die Probleme. Scheiße, diese Scheiße. Scheiße. Schickfisch. Scheiße Fisch. Scheiße Fisch. Scheiße Fisch, Aragal. Armin, dann jamme Scheiße Fisch. Fischiiiinnn. Diese Mäps, gute Mäps. Er hat seinen Haken verloren. Und es war wohl ein guter. Ich kenn mich ja nicht aus mit Angeln. Alle Französer. Und das ist ein bisschen traurig. Ein Französischer war das. Ja. China ist nicht gut. Jetzt hat er nur noch Chinesische und die sind nicht gut. China ist die Scheiße. Ja. Der Pater hat da hinten ein Fischspringen hören und hat die Stellung gewechselt. Und das mache ich jetzt auch. Ja. Oh no, Scheiße. Schau an die Seite. Puh, joh. Der erste Mal, wir sehen uns schon. Ja. Ja. Der drüben hat einen gefangen. Also der andere Kollege hat jetzt einen Fisch gefangen. Ja, Pater denkst du vielleicht seiner, der ihm weggeflogen ist. Ja, den gucken wir uns nachher noch an. Da haben wir wenigstens ein Erfolgserlebnis. Und ich denke mal, der Pater macht auch noch eins. Pater, Achtaschen, geh. Ja. Big fish. Big fish. Oh, Löscher, big fish. Jetzt hängt er noch am Baum fest. Ah, Pater. Haggai. Töshner, tacky. Töshner, zwei Jahre. Nicht, nicht mehr so. Katastrophe und da. Das ist fantastisch. Oh, oh. Ja. Ich bin der Nummer 1 hier. Ja. Das ist jetzt schon ein Jahr. Das ist nicht ein Jahr. Das ist nicht ein Jahr, nicht ein Jahr. Pata, hast du einen Tefischen Gags? Nein, Erti, ich bin hier. Ich bin hier hier. Ja, wir ziehen Pata ein bisschen auf. Wir sagen, dass er den vorher hatte und dass er den letztendlich dann rausgezogen hat. Und wir wollen jetzt mal gucken, ob der den Haken noch hat im Bauch oder so. Oh, Big Fish, Pata. Oh, Ljöpša, Ljöpša. Du hast heute zwei Chancen, oder? Ja, zwei Chancen waren es nicht. Wenn du dich aufhörst, dann hast du uns 100%. So, wir gehen nach Hause. Der Pata muss noch ein bisschen arbeiten. Pata ist noch am Fluss. So hoch. Du willst einen Chancen, Pata? Ja. Oh, ein Schalzi, oder? Ja, ein Schalzi. Mit Steißen. Der Pata braucht bestimmt noch den ganzen Tag zum Wisch. Hat mir aber nichts gefangen. Kann man hier nur noch ein Foto machen, Manni? Pata ist noch ein Foto machen. Das ist die Fotografie. Ah. Das ist genug, Manni. Soll er ihn nehmen? Ja, ja. Er ist so stolz jetzt. Ja, ja. Und Pata hat einen, oder? Pata hat einen und er hat ihm den Haken abgebissen und ist immer weg. Ah. Es geht, Bici. Ein Fisch, Alex. Look it. Sehr lecker Fisch. Sehr lecker. Ein Fisch. Ein Fisch.